So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, der Umzugsbart ist noch da. Ich sehe die Umzugsfrisur auch, das sieht ja richtig höllisch aus, da muss man wieder mal gestutzt werden, aber ich habe was vorbereitet, denn heute ist Montag, Max Out Monday und letztens war ja noch Lugia da, da hatte ich ein Ziel, ich wollte unbedingt die XL vollbekommen, um ein zweites 100er zu maxen und das Apex Lugia, das gleiche haben wir dann also bei Ho-Oh vorher auch schon gemacht, das 100er Ho-Oh und das Apex Ho-Oh. So, Max Out Monday, wie immer, ich bestimme das Titel-Pokémon, habe ich ja gerade gesagt, das ist Lugia und fünf Vorschläge aus der Community werden gemaxed, wenn ich ein hundertprozentiges davon habe und genügend XL, um es zu maxen. Mark niemals hat ja letztens gesagt, dass das doof ist, dass da immer Leute einen Kommentar schreiben und in dem Kommentar zehn verschiedene Pokémon reinpacken. Es wäre schöner, wenn man nur ein Pokémon pro Kommentar nennt, damit auch andere drankommen und damit nicht immer direkt ein Treffer dabei ist bei 100 Pokémon, die man in einen Kommentar schreibt. Ihr werdet gleich sehen, jetzt haben die Leute es natürlich schlau gemacht und haben genau nur ein Pokémon in einem Kommentar und dafür halt 100 Kommentare hintereinander, aber das nicht jeder. Also, könnt ihr Tipps geben noch, wie ihr sagt, wie das besser sein kann, dass das nicht so ist, wie es ist und dass es wieder anders ist und deswegen guckt man da nochmal drauf. Jetzt gehe ich aber erstmal hier rein. Ich suche jetzt erstmal ganz kurz das Lugia und zwar das Lugia, was komisch riecht. Das müsste also hier unten eins sein. Wir haben hier ein, das ist das Apex mit 15,63. Das ist das normale Krypto, da sieht man nochmal den Unterschied, Krypto. Apex. Das ist richtig mit Blitz und Donnern, rastet komplett aus. Ob das jetzt gut ist oder nicht, wir können ja mal die zwei vergleichen. Das normale Krypto hat einen Stern bei mir und das Apex hat sogar drei volle Sterne. Das ist richtig brutal, das gefällt mir und das wollte ich sowieso mit einem Power-Up versehen. Hier komplett auf die 4124. Jetzt können wir auch den Level 50 Tag dran machen. Ist kein 100er, sieht aber trotzdem verdammt genial aus, finde ich. Was sagt ihr? Sieht das gut aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Und, weil es noch dazu gehört, setze ich hier ein Lugia mit 100%. Wir haben schon 100%iges auf Level 50 gepusht. Das kam nach 243 Raids, hat Drachenrote-Luftstoß. Ich habe damit, glaube ich, noch nie was gemacht. Und das war das Erste, was ich hatte. Nach 196 Raids, deswegen steht da auch 196%. Da habe ich jetzt trotzdem nochmal die XL-Volle und auch das werde ich jetzt komplett auf Level 50 pushen. Einfach so. Das war zu den Zeiten, da haben die Fan-Rates noch wenig gekostet. Man konnte noch so viele am Tag machen, wie man wollte. Das war richtig toll, das hat Spaß gemacht. Deswegen zum Abschied der Fan-Rates, dass die jetzt limitiert sind auf 5, machen wir halt nochmal Lugia-Fed. Da habe ich nochmal alles rausgeholt. 4.186. Hier seht ihr auch nochmal also 100%. Das ist aus einer Rage-Stunde, glaube ich sogar. Lugia ist fertig. Wir gehen auf YouTube. Hier haben wir natürlich Kommentare, 31 Stück oder so. Wir gehen mal auf Neueste. Diesmal kann man komischerweise wieder Neueste auswählen. Und nehmen 5 Vorschläge aus der Community. Hip-Hop für die nächste Folge 100% Blanas wäre mega cool. Jetzt schauen wir hier mal rein. Blanas. Ich müsste, glaube ich, irgendwas aus der Familie schon haben, oder? Habe ich Tengu-List schon auf 50? Ja. Er fragt nach Blanas. Wir machen Blanas und haben damit 1 von 5 Vorschlägen aus der Community weg. 13.87 hier. Dieses Blanas 100% jetzt auch Level 50 Tag. Fehlen noch 4 Vorschläge aus der Community. Baloo sagt, Quiekel. Guck mal rein. Quiekel. Mammutel. Mammutel. Mammudel. Haben wir auf 50. Keifel. Haben wir auf 50. Wäre das letzte, was in dieser Familie schon noch fehlt. Ich glaube, im letzten Mal haben wir sogar Keifel gemaxed. Ich habe gesagt, wer schlau ist, schreibt einfach Quiekel drunter, weil ihr gesehen habt, dass das noch fehlt. Dann haben wir jetzt hier... Alter Schweizer. 688 WP oder WP10. Ich glaube, das WP10 100er müsste man sich aufheben. Weil, guck mal, wir bogen von nichts auf komplett voll auf 837. Ne, wir nehmen lieber das. Da verbrauchen wir nämlich nur 118 Bonbons und 338.000 Staub. Und hier wären es 519.000 Staub. Also das Höhere-Leveligere wird gemaxed vom Baloo. 837. 100%. Hier wieder auch Tag dran. Level 50. Da kommt das Bild zwischendurch immer mal so ein bisschen grieselig vor. Ich weiß nicht, warum. Power Mirror macht schon wieder auch Faxen. Hier alles Umstellung, alles neu, alles komisch. Dass das nicht den Bildschirm überträgt, sondern den Bildschirm uploadet und dadurch die Qualität leidet. Also, egal, egal, egal. Quiekel haben wir auch. Also, Baloo, Hip-Hop haben einen Punkt gemacht. Es gibt hier keine, wie bei der Raid Mania, keine Punkte. Shinaya, Max mal ein Habitag. Habitag, das klingt, als wäre der Kommentar von Jochen. Und jetzt denke ich mir, hä? Die waren doch beide voll, oder nicht? Habitag, 50? Nein, es war nur Habitag. Habitag, 50. Habitag, jetzt 50. Kommt auf 902. Da hat sie wohl besser aufgepasst als ich selber. Ist der dritte Punkt. Zwei Punkte fehlen noch. Habitag, 902. WP auf Level 50. Generation 1, sehr schön. Dann haben wir Baloo. Togepi. Aber, sind wir fair, Baloo hat schon einen Vorschlag gehabt, der erfolgreich war. Also, gehen wir nicht auf Baloo. So. Kann man bei Thomas wieder in die EFL kommen? Hammer gemacht. Henry sagt, mein Vorschlag ist Knirrfisch. Jetzt muss ich mal gucken. Knirrfisch. Der ist ja auch letztens bei einem Event dazugekommen. Knirrfisch ist hier. XL sind da. Äh, 4 oder 82 WP dazu auf 2.701. Passt, reicht. Tag, Level 50 dran. Fertig. Knirrfisch. 2.701. Er ist, ich finde ihn immer noch nicht schön, aber ist ja auch wurscht. So. Mal hier Mark. Jetzt pass auf. Ich finde es sehr nett, dass man darauf eingeht. Wie du sagst, kann man mehr angeben, aber sollte nur das erste berücksichtigt werden. Wenn man mit den Kommentaren fertig ist, kann man ja wieder nach unten und den zweiten Vorschlag nehmen. Da du aber jetzt komplette Familien magst, haben wir ja noch einige Vorschläge, bevor wir zu dieser Maßnahme kommen. PS. Du hast meinen Vorschlag in den Kommentaren nicht erwähnt. Dann habe ich wahrscheinlich wirklich vergessen. Sorry. Grüße geht raus. Mein Vorschlag für dieses Video ist diesmal Hubelupf. Mal gucken, ob Mark die Nummer 5 ist. Hubelupf. Papunga ist auf jeden Fall auf 50. Ja, Hubelupf oder was? Das ist Hubelupf. Steht wieder, ist wieder der Name, umgedings, deswegen. So. Jetzt haben wir Hubelupf. Ist nicht auf 50. Hopspross ist auch nicht auf 50. Also wer Vorschläge machen will, ihr könnt ruhig Hopspross nennen, aber Mark wollte Hubelupf. Deswegen mäxeln wir ein Hubelupf auf 1103 WP. Kriegt jetzt auch den Level 50 Tag dran. Bitteschön. Also haben wir Papunga mit 1850, wir haben Hubelupf mit 1103 und einer fehlt noch in der Familie. Jetzt schreiben wieder alle drunter, ja, wächst doch mal Hopspross. Wer sich's leicht macht, okay, wer nicht, der kann auch anders. Das waren trotzdem 5 Vorschläge jetzt aus der Community. Grüße auch an den Rest, der da kommentiert hat. Guck dir Jochen an, ganz viel Jochen dabei. Guck dir Tobias Reuter an, ganz viel Reuter dabei. Aber wer jetzt nicht dran war, nisch aufgeben, schreibt unter diese Folge wieder eure Vorschläge. Ein Vorschlag pro Person. Und dann drücke ich euch die Daumen. Hier hat sich jetzt nichts geändert, oder? Nö. Das kommt ja nur auf 4001. Das Apex und der Rest, also die Top 10 sind immer noch die Top 10. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und hier seht ihr jetzt mal, wie es aussieht. Nach dem Umzug. Keine Heimarena mehr. Kein Homestop mehr. Na gut, das hier ist im Prinzip ein Homestop. Aber, ja. Raids für Zusch... Nee, Raid... Raidmania hier. Es wäre was in der Umgebung da gewesen, um bei der Raidmania am Abschluss vielleicht einen Raid zu machen, aber bis dahin sind ja leider die fünf Fan-Raids voll in der Raidmania, also geht nix. Denn da ist eine Arena, da ist was, da ist was. So, genau. Aber Heimarena habe ich ja zwei Stücke gehabt, wo ich rankam, komm ich jetzt nicht mehr. Wenn ich doch in Hibu wäre, hätte ich trotzdem im Abschluss Raid 2 machen können. mit dem täglichen Pass und dem Premium Pass mit dem Grün und hätte einladen können. Selbst wenn ich meine Fan-Raids schon weg habe. Hier geht leider nur Fan-Raids, also komisch. Naja, egal. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und macht ihr Vorschläge. Was soll ich maxen? Was war jetzt gerade im Event vielleicht ein Highlight? Was kam rein? Wo konnte man Bonbons farmen hin und her? Schreibt es mal in die Kommentare. Bis heute Abend. Denkt dran, Gewinnspielauflösung heute Abend auch im Stream ab 21 Uhr. Und ab 20 Uhr der Stream. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.